Moin Lüte, wenn wir im Studio Back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal Rockstar Games. Schenkt uns diese Woche wieder gratis Geld in GTA 5 Online, alles was du dazu wissen musst und was du machen musst jetzt in diesem Video. Falls du jetzt neu auf dem Kanal bist, würde es mich freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest, damit du rund um GTA 5 absolut gar nichts mehr verpasst, denn wir stehen auch gleichzeitig kurz für den 9000 Abonnenten. Jetzt würde ich sagen, genug geredet bei Fragen, meldet euch bei mir auf Instagram, jetzt fangen wir mal an mit dem Video. Und zwar konntet ihr jetzt bereits am Thumbnail und am Titel erkennen, dass wir von Rockstar Games wieder Geld geschenkt bekommen. Und nein Freunde, diesmal nicht nur für PS4 Spieler, diesmal wirklich für alle, für PS4, Xbox und auch PC Spieler, aber leider nicht ganz eine Million, sondern diesmal sind es ungefähr 300.000 GTA 5 Online. Alles was du dafür machen musst, das zeige ich dir jetzt. Und zwar geht es jetzt um einen Gegner-Modi und zwar diesen neuen Diamond Casino-Gegner-Modi, der kann man auf jeden Fall mit dem Sommer-DLC in GTA 5 Online rein. Und wie ihr seht, haben wir gerade Doppeltgeld und Doppelt-RP hier drauf. Und das Besondere ist jetzt eben jeder, der diese Woche, also bis nächsten Donnerstag, ich weiß gar nicht, was für ein Datum es ist, müsste der 10 oder so sein, eben einmal in diesem Modus mit seinem Team gewinnt, der bekommt einen Bonus von 250.000 GTA 5 Dollar. Das Ganze haben sie nämlich auf Instagram und Twitter und überall gepostet. Ihr könnt es hier sehen, ich blende es euch hier gerade mal ein, dass eben jeder, der hier ja einen Sieg holt, ja 250.000 GTA 5 Dollar Bonus bekommt. Wichtig ist, Freunde, ihr bekommt es nicht direkt, wenn ihr diesen Sieg habt, sondern erst ein bis zwei Tage später eben dann auf euer Konto überwiesen. Und Freunde, das ist halt wirklich geschenktes Geld, weil dieser Gegner-Modus, der geht nicht lange, der geht vielleicht, was weiß ich, wenn ihr eine Runde einstellt, 5 bis 10 Minuten, ich habe ihn noch nicht getestet, aber ich schätze mal, der wird nicht allzu lange gehen. Ja, 250.000 GTA 5 Dollar gratis plus Doppeltgeld ist bei dem Ding drauf, das heißt, wenn ihr da eine Runde gewinnt, werdet ihr nochmal 40.000 bis 50.000 bekommen. Also haben wir dann 250.000 plus 50.000 sind wir bei 300.000 GTA 5 Dollar, die wir durch eine einzige Runde bekommen können. Und das ist schon, ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Das Ganze ist übrigens schon seit Donnerstag, da ich aber im Urlaub gerade bin, bin ich, was GTA angeht, ja, nicht ganz up-to-date. Deswegen kann es sein, dass der eine oder andere von euch schon wusste. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ist es jetzt neu für euch? Also habt ihr das jetzt erst, ja, hier erfahren? Oder wusstet ihr schon vorher, würde mich interessieren. Falls ihr schon wusstet, dann tut es mir leid, dass ich erst jetzt das Hüde dazu mache. Ich habe es eben erst vorhin erfahren, von daher. Und das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Finde ich gut, dass die sowas jetzt machen als Ausgleich so für dieses PS Plus Ding mit der PS4, weil da bekommt man ja jeden Monat, ja, eine Million, wenn man auf der PS4 zockt mit PS Plus. Finde ich ganz fair eigentlich, dass jetzt auch was Kleines kommt für die Xbox-Spieler und für die PC-Spieler. Aber, ja, also Freunde, kann ich euch empfehlen, macht diesen Modus, diesen Diamond-Casino-Modus. Einfach eine Runde zocken, einmal gewinnen und dann werdet ihr dann den Bonus bekommen. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wenn es informativ war, Zeit zu hören, mit einem Daumen nach oben, Freunde. Teil das Video auf jeden Fall mit euren Kollegen, damit auch sie sich hier die gratis 300.000 GTA 5 Dollar easy abholen können. Und dann würde ich an der Stelle sagen, hören wir uns oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.